...jungen Frauen und lebt ewig. Der Burker des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auferstanden. Der Burker des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf der Kiste des Teufelsschlosses. Der Burker des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf der Kiste des Teufelsschlosses. Der Burker des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf der Kiste des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula ist auf der Kiste des Teufelsschlosses. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020